ILR schlampen rufcamper kack kinder alter scheiße war so 19 hier ist die stapel 22 und 27 total mit dabei sind aber auch mittlerweile ich war nicht mit vor nein ich bin nicht betrunken irgendwann ja ja was machen wir machen Parmarama zu brauchen wenn du eine Flasche siehst sagst du Bescheid da ist der Ende da siehst du nicht hier ein Boot ach so jetzt das ist aber lang gedauert ah 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 denk dran das schiebt nur meistens ja äh äh nein kann nicht mal mehr das Zeug auffangen weil draus ploppt ich habe echt vollständig das ist auch eigentlich nicht erstmals wird aus das ist ja der Handy die Hände schlägt schon die ganze Zeit mit dem Handy ist die Hunde und Lenin nur noch mal einfach aber auch lautlos das wäre nein das war sehr schön von vielen gemeinschaften die kommen dann da alle zusammen die wohnen einer mehrere tage in so kleinen zelten die gemeinschaft das ist ein mittelalter markt dann auch dabei haben wir alle kämpfen ja ja die haben dann das und das lag doch nicht gewesen das neoburg satzfall innerhalb ist das ist wie die wiese im theater nur das ist halt im mittelalter im mittelalter spielt ja ganz lustig schöne geschichte pferde kämpft kämpfen und ich war so ja auch mit schwert nachher um die namen ist gerade öfters im chat gefallen ja du bist so jetzt hier wieder bekannt und was haben sie gesagt ach keine ahnung die ganze zeit nur so odi 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 vielleicht haben sie die gründe besucht die geld ja odi uldi odi idiotij dass wir mal folgendes weiß was wollt ihr denn alle maaaaannn du bist wohl über eine base geflogen angeblich jawoll wenn ich esse oder als ich komme nicht an den mutter und jetzt warte ist dieser pack jetzt bist du warte 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 ich sitze da aber ich kann da nicht hin jetzt jetzt ja noch ja wir kommen jetzt da geht da mal raus Boah, Alter, was ist denn? Ja, okay, lass mich immer noch ruhig sind. Okay, machen wir. Merke ich mir. Stell mal. Ja. Boah, Alter, da ist raus. Nein. Wollte ich dir nicht empfehlen. Ich bin... Ich töte dich, ich schwör's dir. Einmal aufdrücken und du bist froh. Ha, fahr los! Jawoll! Ha? Ha? Wie geht der Schieb? Ich schieße jetzt rein, das passiert nix. Ich schieße jetzt rein, das passiert nix. Ich schieße jetzt rein, das passiert nix. Und der Punkt nimmt mir das ab. Ich weiß nicht. Ich hatte jetzt noch einen Hund. Maurice, ich bin da rüber. Alter, radikal, Junge. Ja, normal. Merkt schon, er hat eine Laune. Hm? Also ich, äh, hast gesehen, das Lamott ist alles weg. Ich bin übrigens ganz selten gestorben. Ja, ich hab schon gemerkt, es ist nix mehr da. Und wir können auch kaum was nachmachen. Da haben wir noch tausend Stoff. Ja, nix. Stoffmäßig bin ich grad ne kleine Farm am aufstehen. Ich bin wieder die ganze Zeit die Stecklinge am auspuddeln. Äh, geh die mal noch weiter. Geh die mal noch weiter, dahin misch ne Flasche. Okay. Du bist ne Maurice, ich seh ich gar nicht mehr. Hahahaha, hab ich da so lustig. Hahahaha. Wie ist das mit euch los? Wir haben sich wieder lieb. Ja, so. Und danach der Versöhnungspunkung weiter. Ich hab gehört, wir haben keine Verbündeten mehr. Was? Wieso? Weiß ich. Nur noch beim Raid, ansonsten ist Feuer frei. Achso, das, ja, ja. Aber das war schon am Anfang so. Das war ja schon gestern so. Rob hat unzählige geklauten. Nein. Ne, war ein anderer. Ja? Ja, ja. Das war dieselbe Puppe, die schon mal jemand hat. Glaube. Das war mit Atlantis oder so. Ja, vielleicht geht der auch so unter. Ja, wir sind schon unterwegs. Niemals. Lalalalalala. Ich hab bis jetzt nur zwei Gears. Krass. Aber weil ich da nicht eh drücken hab. Du musst deine Krallen ausfahren. Das wär cool, wenn du an der Laufende gehst. So, wir fahren mal lang fahren. Hier war jetzt gerade wenig. So, was weiß ich. Wieder zurück. Fahr lang. Was willst du hier eigentlich? Mit deinem Kumpel. Ich glaub, mein macht mehr ein bisschen. Ein bisschen mehr Schaden. Und schlägt schneller. Nein, macht's nicht. Meins macht mehr Schaden. Sag mal, wie viel macht deins? 60. Okay, und wie viel Angriffsrate hat deins? 100. Nein, kann nicht sein. 100. Mit einem Schlag tot. Also fast. Ne, Angriffsrate ist Schwierigkeit, mein Gott. Ah, ok. 30. Wenn ich jetzt schlage. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Komm weiter. Du musst mal ausprobieren, Maurice. Das Ding hat 30. Ich hab grad eben nachgeguckt. Soll ich mal ausprobieren? Jetzt lügt er auch. Ja, ja. Das ist nicht das erste Mal. Alter, was geht hier ab? Weiß nicht. Okay, hier hat geradet. Ungefähr 4, 5, 6 Leute mit AKs. Bei uns? Ne, ne, ne. Unsere Nachbarn mit der einen Steinbase. Ich renne grad weg. Die sind gerade weg. Oh, oh. Jetzt sinds auf mich. Ja, da kommt ein Heli. Da kommt ein Heli. Ba, 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 ba. Ja, ja. Hat mich da schon nachher wegs. Alter, war das gerade ein Geschepper. Hab ich mich erschrocken. Wollt ihr das droppen, was wir haben? Dann räumt uns schon mal. Da läuft einer, da läuft einer. Das ist unser, 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 unser. Ich bin nur weggerannt. Ne, ich würde, ich würde nicht riskieren, äh, dann zu gehen. Wir verlieren wieder alles. Das war die AKs. Genau, läuft an die andere Seite. Ah, ein Wolf. Ist egal. Ins Wasser rein. Ins Wasser reinlaufen. Genau. Das war aber ein kurzes Intermezzo. Warte doch, du Egoist, alter. Ich habe ihn nicht so gemacht. Nein, die Mugel hier wieder. Typisch Mugel. Typisch Mugel. So kennt man ihn. Äh, die Kürbisse noch mal stehen lassen. Ich will die, äh, Stecklinge davon machen. Ich schmeiß ja so alten Dropboxen rein, ne? So, die dafür da sind. Ah, okay. Und. Gut. Was machen wir dann? In die kleine Kriste schmeiß ich mal mein Zeug rein. Ich will da mal hin und runter. Ah, okay. Da räume ich das ein, das wir haben. Lass mal gucken. Lauf da, lauf da mal hin, aber das hat grad gescheppert. Hahaha. Muss dir vorstelle, so gefühlte sechs, sieben Leute mit Dauerfeuer. Das kleine in der kleinen anderen ist meinst du auch. Grüße gehen raus an Shepard. Halter? Was? Halter? 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 Mit Seemis Alter und SMG, seid ihr eigentlich total behindert, kernbehindert oder so? Ja. Äh. wir sehen wie es okay aber es sind die und thompson war kein sinn natürlich instant der moris macht triple headshot was da los war das nicht mal ich bin das ausnahmsweise was ist nicht ich will mal gucken ob wir dabei abbreiten sind wir überhaupt richtig bläht oder wo die kannst du mal probieren das müsste ungefähr stück rechts neben 15 seht ihr im wald stück das stück hell das hellere stückchen da ungefähr kamen die schüsse meine ich doch da wo du schon hingegangen bist die jungs mit hause hallo vielleicht hast du dieses saat dingen gelernt sagt was für die stecklinge wieso gelernt gar nichts los das brauchen kannst du meinst du jetzt hier diese diese also bläde ich weiß nicht gut du meinst die zuchtkästen nach so die müsste ich gefunden haben schon ja wieso kennt doch die bei auto die kennt die base muss da wo ich gerade bin oder was da wo die beiden warte da wo die wahrscheinlich also du bist schon da gewesen aber die helis sind doch ganz woanders in gefahren die sind da gelandet zwei ich habe zwei helis gesehen mit jeweils zwei leuten und dann hat es halt gescheppert in einer tour ja dann haben sie gegen rock gekämpft eventuell glaube ich ja eben ja du hast gerade gewonnen von raiden gesagt aber wenn ich wenn ich nur die ganze zeit dauerfeuer akk schüsse hören dann renne ich einfach nur weg ja klar aber dann reden die nicht na so wird man feilt wo habt ihr den schrott hingetan ich glaube der ist im bauschrank oder auch der stoffkiste im forschungstisch stofftisch stoffkiste ist nix ich guck mal bauschrank die stoffkiste ist oben ne jetzt ja ja da ist kein schrott drin gewesen ich weiß ich guck noch mal der bauschrank ist leer guck mal bitte in der werkbank ich habe alles glaube ich in den forschungstisch gestellt gepackt wo ist der forschungstisch oben ne erste etage hier wo die da nicht danke braun ich habe noch mal eins also werkbank 3 da ist keine kiste nicht aber ich komme nicht in der ersten etage also das ist ja völlig op mit dem daunen her zu reiten mit dem schwert so zack hey leute seid ihr zu hause na wo waren da jetzt na hier ist hä ja ah hier steht da na gut da rein was war denn los gerade bei euch hier na hier wurde erzählt sind hier ist gelandet da gab es diese ballerei mit akars vorbeigeflogen jetzt haben gerade acht leute mit akars auf ihn geschossen meine informanten gehören alle abgeschlachtet das ist eine feuer ja da oben dickes gefecht was sagt er denn ich habe gerade ordentlich auf den sack gekriegt hier hat man sagt sich nicht von wem denn von den boys die ihre base auf k4 haben die den hindi gerade und die den hindi gerade runter geholt haben oder wird das 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 genau reiten wir alle in den osten naja gut ich dachte wer wird los und wir haben extra unsere farbenrunde abgebrochen weil du ja scheiße laberkast alter hier das war nicht das war bleibt man das war ich weiß ich weiß so muss man als anführer mit den leuten umgehen damit sie bescheid wissen zu hause kriegt er wieder auf die kratte was ich bin wohl sowas zu behaupten naja kann es behalten ja was geht bei euch Oli wann geht ihr raiden äh heute gar nicht mehr ich bin jetzt schon äh warte 1 1 31 schon wach ich bin echt fix und fertig alter ich werde morgen äh bald starten Oli dann stellen wir noch wenigstens die zwei Tüte auf wo ich dann so eine Schaltung naja kein es ist geil wenn alle quatschen versteht gar nichts mehr war das gesagt gerade? also nicht im äh diskurs sondern hier ich dachte so langsam sind wir aber aus dem Alter raus wo man die Nächte lang durchmachen kann ach alles für die Zuschauer alles für die Abonnenten alter alles für ach fuck off ey wann wann hast du das raus in zwei Wochen? ähm Folge 1 kommt am 17. glaube ich ich mache jetzt muss alle zwei tage weiß das ist so viel arbeit in der zeit gewesen verständlich mhm oh ich habe gerade ein Boot laufen ähm meff töten ja oder nein uh 90% ja hm das ist ja kein töten du musst schon wegrennen oder so wenigstens rein weg oder irgend sowas mach ehrenhaft ja ok ehrenhaft warte pass auf ja du hast es nicht so mit treffen ja ich habe es nicht so mit treffen ich habe es nicht mit treffen ihr spacken ihr kassiert von mir Kopfschüsse alter ihr LR schlampen rufcamper kack Kinder alter hä scheiße wa nein jetzt hat er es ach ich hab mir schon schlagen äh äh guck mal du triffst da gar nicht alter wo mal die L L 96 vielleicht klappt es dann ja wieder nein ich muss V im Trick halten ah man das ist unfair ich hab ich hab ah haha muss ich mir Gedanken machen oder ja weißt du wer der Babbo ist hier ne ich bin der Babbo guck mal Maurice die kleine Katti das ist ja oh da schreibt ein Hedi oh fuck die kommen mit dem Hedi war das schön bestimmt jetzt ah ne 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 doch nicht ja klar aber nur mit happy ending Maurice ist jeder aller echte achso ja und ich bin der der jetzt sagt die Folge ist vorbei liebe Leute ne begruselt euch oder begrüßt euch oder verabscheut euch tschüss 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 eigentlich der mit neuen da muss das mal unten was sich entwickeln damit der überhaupt damit anfangen kann außer stinken haben sie schon gefragt der pinzette hat sie wo bist du denn ich bin gerade die stecklinge am der baut hier weed an oh die schläft im stehen ein lebst du noch was ja er lebt noch lebt in der alte sehr seriös einfach nicht aber hier kommst du schnell ran ich habe die kippe noch in der hand hier und ich werfe den schweren sperr schwer zu da 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 auf der insel auf der insel auf der insel auf 50 auf 50 sagt was er runter gespürt jawohl den holen wir uns kommen ich sehe halt nix da drauf ich weiß nicht ob ich ihn oder das fass hätte alter hit ich habe die hütte und ich bin down zer schießt die fässer dann geht das doch kaputt man kann ja nicht mehr auftauchen das ist ja so und ich habe mal deine mutter mit dem boot jalla ich war jetzt her headshot der ist down der ist down ja oder ich lege die hälfte muni rein ja ja komm war aber auch unfair gegen viele leute ja du hättest du nicht schießen müssen ja gut das stimmt ach so damit du gleich gucken kannst was wir erbeutet haben habe ich das in die dropbox unten links rein gepackt jungs wir haben ne volti gläser mit vierfach aber fang nicht wieder hin jetzt oben hoch zu campen da ich da nicht ne bloß nicht wo unten links unten links ist ne scheiße rechts warte ach da ja moin warte guck jetzt rein ja habt ihr jemand von akai gesucht hier die war noch da ich en d wo 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 Bis zum nächsten Mal.